Willkommen zurück zu Destiny Angezockt, die Demo. Jawohl, und dann machen wir noch eine Folge. Und dann müssen wir da auf alle Fälle lang. So, da gucken wir mal, was uns denn hier noch so dolles erwartet. Oh, das ist wie eine Fabrik oder sowas. Ein alter Halt, ne? Uh, Skelette. Hier mein er. Uh, da haben wir irgendwas aufgesammelt. Prediger Typ 20. Wie, was ist denn das? Ach so, das ist jetzt hier dieses, diese Schrotflinte. Okay, da kann man jetzt hier, ähm, mit Dreieck tauschen. Aber mir ist aufgefallen, die ist nicht schön. Wie ich es angezockt habe, die war ja, ich weiß nicht, die, äh, weil die so schnell wegprallt. Also so einen blöden Rückstoß hatte ich halt. Man kann es probieren, aber... Lichtsensor Minen, bloß nicht berühren. Ich finde sie nicht schön, die Waffe. Ja, hier sind schon wieder unsere Freunde da hinten, Leute. Okay, also ihr habt gesehen, die Waffe ist echt nicht so die Welt. Und? Oh, fuck. Machen wir mal so glatt jetzt hier. Jawoll, laden wir mal nach. Okay, okay, ihr Leute. Was wollt ihr denn von mir hier, hä? Mit irgendeinem Problem oder was ist mit euch los? Auf alle weinen, mögen sie mich nicht sonderlich, glaube ich. Jawoll. Oh, was ist denn jetzt? Meine Kühe, ey. So, jawoll, da war doch eben gerade änder, ne, oder? Oh, ist das laut hier, Leute. Wo ist er denn, hinterjenige? Äh? Keine Ahnung, damit gehen wir, war er jetzt hier. Ach, hier ist er hier. Ach, guckt mal, das ist ja toll. Bumm, wamm, den haben wir jetzt aber ganz schön durchge... Haha, durchgeledert, sag ich mal. So, da kann man eigentlich wieder aufstehen, jawoll. Meine Güte, ist so, da hinten ist, äh, eine Türe. Kann man dann durch da hinten, oder ist das hier nicht möglich? Nein, nicht möglich. Das steht zumindest nicht da. Gut, dann gehen wir da lang. Uh, noch mehr Freunde von der Küste. Oh, alles voll hier, Mensch. Aber jetzt müssen wir aufpassen hier, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir hier alles voll hier. Moment, ich geh mal da lang. Wow, meine Kühe, ey. Wollt ihr dann alle von mir? Bäm, 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 bäm. Jawoll, und? Irgendwie der Alien sind das hier, glaub ich. Jetzt haben wir wieder einen Blatt gekriegt. Wir können mal schnell aufsammeln hier unten. Das ist ein bisschen Munition oder irgend sowas. Jawoll, waff... Oh, da kommen wir noch mehr. Heide, nein. Ich hab's nicht bedacht hier. Oh, fack, 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 fack. Uh, bin gleich im Eimer, Leute. Bin gleich im Eimer hier. Aber das macht nix. Dann wirst du zurück teleportiert, wo du warst gerade? Oh, Granate. Ganz doll, jawoll. Gerade eben, mein Lieben, wird aufgefrischt hier. Warte, du. Das gibt mir auf den Sack hier. Geh weg hier. Okay, dann haben wir jetzt den noch hier. Platsch, jawoll. Den haben wir unten gemerkt. Platsch, jawoll. Den haben wir auch. Oh, perfekt. Den haben wir platt gemacht. Okay, okay. Naja, bin gespannt. Bin ich ja gespannt, hey. So, wir müssen auf alle Fälle da lang. Man sieht doch immer hier schön oben links diesen Pfeilkader aus. Passt es dann schon, ne? So, perfekt. Jawoll, und los geht's zum nächsten. Tunnel hier. Ah, hier müssen wir durch. Nehme ich an. Weil, sind wir sonst lang? Da geht's ja nicht woanders so lang. Die Kluft, jawoll. Okay, hier müssen wir lang, jawoll. Das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Oh, was ist denn jetzt? Oh, nein. Irgendwas teleportiert hierher. Oh, 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 oh. Oh. Ups. Nicht gut, Leute. Auf alle Fälle nicht gut. Oh, fuck. Boah. Fertig der ganze Controller, ey. Kämpfe dich durchstieg voll, denn... Ach du meine Güte, es ist ja alles voll hier hinten. Der ist stehen geblieben jetzt. Oh, jetzt macht er weiter. Okay. Wer sind sie? Alter Schwede. Was haben sie denn... Was haben sie denn jetzt gemacht, die Jungs? Auf alle, wir müssen hier lang irgendwo... Ja, guck mal, ist ja noch ein alter Panzer. Ist ja cool. Ein alter Panzer. Okay, wir gucken mal, dass wir hier irgendwo... ...rum können. Das sind schon die Feinde, auf alle Fälle. Haben die irgendwie... Die Schiffe haben die Feinde abgesetzt, sag ich mal. Oh, oh, da ist ja schon ein Feind. Wo ist denn der? Ach, hier unten. Ach, hier unten sind sie ja schon. Boah, verdammt, hey. Jetzt schon richtig los hier. Ach Gott, da sind ja noch mehr. Scheiße, ist alles voll hier, Mensch. Oh Mann, da stehe ich aber nicht gerade günstig, sag ich mal. Oh, ich stehe nicht gut, Leute. Ich stehe nicht gut hier. Oh, 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 voll ungünstig stehe ich hier. Wenn ich mich von hinten anschleiche... Ich glaube, von hinten mal gucken, anschleichen, von hinten. Geht denn das? Ne, das geht gar nicht. Ich kann von hinten anschleichen hier, ne, oder? Ne, kannst du gar nicht durch, das geht nicht. Wir sind ziemlich nah hier, oder? Oh, scheiße, hey. Ein Hammer, jawohl, okay. Also sehr lieb, äh, friedlebend sind die nicht hier, die Jungs und Mädels. Die mögen mich nicht besonders hier. Auf jeden Fall ist hier alles voll von den Dingern hier. Alles voll. Es war auch noch einer gewesen. Wir können mal hingucken, vielleicht war da hinten noch einer jetzt. Nein, hier war keiner. Oh, hier oben sind sie aber. Hier oben ist noch einer, okay. Noch einer, jawohl. Komm zu mir, komm. Wo ist er denn jetzt wieder abgeblieben hier? Wow. Das war eine Granate. Die Granaten haben wir später auch mal dann, aber sind wir anscheinend noch nicht so weit. Jetzt haben wir schon Granaten. Das dauert noch ein bisschen, aber. Alles voll hier. Manchmal findet man auch irgendwer das Metall oder irgend sowas. Altmedall steht ja dort. Fragt mich nicht, was man damit machen könnte. Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, ein bisschen weit weg, aber ich treffe schon ein bisschen. Das war jetzt aber ein Überraschungseffekt hier, sage ich mal so. Überraschungsmoment. Okay, gucken wir mal, hier war er jetzt. Wupp. Packen wir das jetzt hier noch. Au. Böder. Jetzt muss ich weg hier, sonst bin ich mich wirklich tot. Komm, schnell mein Leben wieder her. Ja, uh, Leute, Leute. Okay, ihr seht, das klappt nicht mit dem Leben hier. Jetzt ist er, jetzt ist er blatt. Jawohl. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier vorne noch ein bisschen uns aufhalten, sage ich mal. Oh, hier ist auch noch einer. Oh, und noch einer. Und, uh, ich habe was aufgesammelt. So, Neuangriff ist manchmal auch nicht ganz schlecht, sage ich mal so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, hier vorne ist ja noch was. Denkste, denkste, bist du rum, weißt du? Ne, da kommen noch mehr. Haha. Aber ich finde es nicht schlecht, das Game. Okay, haben wir alle jetzt, oder was? Weiß man nicht. Ne, hier ist noch. Oh, fuck, was ist denn das hier? Oh, irgendwelche Flugmaschinen. Oh, was ist denn das hier? Und immer noch mehr, Leute. Meine Güte, wo kommen die denn alle her? Da war aber noch einer, ne? Irgendwo. Ach, hier. Alles voll, ja, Mann. Alles voll hier, Leute. Bäm. Bäm, jawohl. Haha. Oh, jetzt sind wir Level 2 hier. Ist aber nice. Er fange Signal eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Okay. Ein altes Sprungschiff. Die Fahrkarte hier raus, eventuell. Sollen wir mal schauen, ne? Jawohl. Wo geht's denn lang? Ach, hier. Okay. Dock 13, Alt-Rüssel. Oh, noch mehr Feinde, Leute. Ich hab mich mal zur Kenntnis gegeben. Man muss ja eh angreifen. Von daher. Können wir eigentlich gleich mal hier durchschuscheln. Und da gucken wir mal. Was sind sie denn? Unsere Freunde von der Küste. Jawohl. Da haben wir sie doch schon. Oh, ich seh noch einer. Was ist denn das? Sieht ja ganz anders aus. Oh, fuck, fuck, fuck. Das bin ich aber ganz... Oh, was ist denn hier los? Mach dich mal vom Acker hier. Oh, fuck, ich bin gleich im Eimer. Ich muss mich noch irgendwo schützen. Schnell. Wohin soll ich mich denn schützen? Ja, Mensch, hier vielleicht. Meine Kühe. Also, sieht schon, ist richtig was geboten. Richtig was los hier. Genau. Und dann kannst du auf alle Fälle gut dich austoben hier, sage ich mal so, ne? Aber da war noch was. Es ist noch nicht alles gewesen, glaube ich. Bäm, jawohl. Haben wir es oder was? Oder wie oder wo? Ich weiß es nicht. Da ist ein Schiff. Du musst sie erledigen. Uh. Schutzschild haben die auch noch drum, ey. Scheiße, scheiße. Aua, aua, aua. Es tut doch weh, Leute. Es tut doch weh hier. Okay. Oh, jetzt müssen wir doch nachladen, wo mein Schutzschild. Oh, ich muss weg. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Können wir mal nach... Warte mal, können wir nachladen? Ach nee, ist ja schon nachgeladen. Blödel. Bäm, jawohl. Ne, haben wir doch nicht erwischt. Wisst ihr? Ich habe mich auch viel verguckt, Mann. Oh, meine Güte, ey. Oh, ich muss mich mal ein bisschen wieder... Rück zu. Haha. Wahnsinns geben, ey. Komm jetzt, die könnten auch ein wenig näher kommen, die Fräcker, oder? Muss ich immer jedes Mal hier... ähm, vorrücken erst. Ist ja blöd, ne? Bösen die. So, einen haben wir noch. Jawohl. Irgendwerte Stromladungen. Oh, hier ist ja der Feind. Unser Feind hier. Bissl ist er ja doch schon platt, der Feind, sag ich mal. Vielleicht können wir die jetzt mit unserer Schrotflinde mal irgendwie abknallen. Mal gucken, ob es klappt. Aber irgendwie... rutscht die mir immer zu. Komm jetzt, wo bist du denn? Oh, fuck, es sind noch mehr. Oh, das habe ich nicht bedacht jetzt. Oh, verdammt. Ha, ha, ha. Scheiße, habe ich es nicht. Oh, Scheiße, habe ich nicht bedacht jetzt. Aber ich lebe, ich lebe noch, ich lebe noch. Meine Kühe, ey. Oh, das war jetzt aber schon ganz schön knapp hier, Leute. Ah, hier ist noch einer. Haben wir wahrscheinlich den anderen doch erwischt, wa? Wie scheint. Komm her, du. Lass mich schon ruhig. Haben wir alle, oder was? Okay. Mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Wir haben... Alle. Das ist ja nice. Ach. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Mhm. Okay. Wie liegt das noch? Das kriege ich hin. Das hängt noch an Korbel, ne. Jetzt, ja. Also gut. Für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommt ihr damit. Und jetzt der Teleporter. Ups. Ja, dann telepott mich mal schnell. Ich wurde schon. Abgang los. Schnell den Abgang. Jawohl. Okay, das haben wir auch geil. Uh. Das haben wir auch Glück gehabt jetzt. Um sie kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Yes. Geil, oder? Die Gegend, Wahnsinn. Trotz, dass alles kaputt ist, ist richtig genial. Jo, das hätten wir. Fortschritt, Upgrade, Splend, Granada wahrscheinlich. Level 2 sind wir. Perfekt. Prima. Ja, das würde ich sagen, machen wir kurz einen Cut. Und dann mache ich noch eine Folge mit euch. Bis gleich. Bis gleich.